Kannst du uns in wenigen Worten beschreiben, warum es in diesem Video ging? Es handelt sich um ein Video, das schon sehr lange auf TikTok in Wirklichkeit im Umlauf war. Wir haben es entdeckt, als es in Deutschland bereits gesperrt war. Inhaltlich ist es so gestaltet, dass es nicht einmal eine Holocaust-Leugnung darstellt, wie man es eigentlich meistens hat, sondern eine Rechtfertigung des Holocausts. Es ist eine gewisse Art ein Rollenspiel. Eine Person sitzt vor der Kamera in jeweils wechselnden Rollen, einmal verkleidet, einmal nicht verkleidet, stellt eine Frage in die Richtung, wie ist das eigentlich wirklich passiert, dass die Deutschen auf einmal vollkommen grundlos ausgerastet sind. Rollenwechsel verkleidet jetzt als Stereotype jüdische Person mit aufgeklebten Bart, langer Guminase, die wie ein jüdischer Straßenhändler quasi so in Krämer auftritt und sagt, ja, ja, total grundlos, total grundlos sind die Deutschen komplett ausgezuckt. Und die Antwort ist dann letztlich, kommt mir verdächtig vor. Also wirklich so diese Unterstellung, die da vorhanden ist, dass es für den Holocaust, der da gar nicht bestritten wird, letztlich eine Rechtfertigung gegeben hätte. Irgendeinen Grund, über den nicht offen gesprochen wird. Und das ist in Österreich strafbar. Das ist im Verbotsgesetz in Paragrafen 3H geregelt, nämlich Rechtfertigung des Holocausts. Weil, ja, in diesem Video wird ganz klar suggeriert, dass es irgendeine Art von legitimen Grund gäbe, dass sechs Millionen Judinnen und Juden von den Deutschen umgebracht wurden. Und ihr seid eben aktiv geworden und habt diese Anzeige eingebracht gegen TikTok. Wie hat dann TikTok reagiert? Das Ding ist grundsätzlich, dass alle großen Social Media Konzerne, also auch Facebook, Instagram, aber eben auch TikTok sind in Europa verpflichtet, dass sie ein wirksames Beschwerde- und Meldesystem auf ihrer Website selber einrichten. Das heißt, dass User, wenn man etwas entdeckt, was rechtswidrig ist, oder zum Beispiel Hastiraden oder sowas, das den Community Guidelines der Plattform widerspricht, muss man das melden können. Und TikTok oder auch ein anderer Konzern muss darauf reagieren und muss das quasi bewerten. Und rechtlich ist es in Europa so, dass das nicht nur automatisiert erfolgen darf, also nicht irgendeinen Algorithmus, der sich das anschaut, sondern letztlich muss dir schon ein Mensch auch antworten, warum das jetzt gesperrt wird oder auch nicht. Das ist in dem Fall nicht passiert. Wir haben das mehrfach gemeldet. Jeweils nach 30 Minuten automatisiert die Ablehnung bekommen und das Video blieb online. Insgesamt haben es über 500.000 Konten auf TikTok eingespielt bekommen, zu dem Zeitpunkt, als wir es gemeldet hatten. Das heißt, in Österreich heruntergebrochen, sicher viele 10.000. Und das war für uns Anlass genug, das einerseits anzuzeigen bei der Staatsanwaltschaft, weil es quasi ein Beitrag ist zur Holocaust-Rechtfertigung. Auf der anderen Seite bei der Kommunikationsbehörde ComAustria, die quasi medienrechtlich zuständig ist für TikTok. Denn damit verstoß TikTok halt gegen europäische Gesetze, genau genommen gegen den Digital Service Act der EU. Genau. Und wie ist es dann weitergegangen? Also jetzt ist es, glaube ich, gesperrt? Genau. Also TikTok hat dann einfach nicht reagiert, zwei Wochen lang. Und gestern ist dann Medienberichterstattung aufgekommen. Ö24 hat ja berichtet, beispielsweise auch der Standard. Daraufhin hat die ComAustria, die Kommunikationsbehörde, bei TikTok direkt interveniert, offensichtlich dort angerufen und hat mal gefragt, was eigentlich mit denen los ist. Daraufhin wurde nicht nur das Video gesperrt, sondern TikTok hat dann den kompletten Account global gesperrt und das ist jetzt nicht mehr auffindbar. Das löst auch für TikTok das Problem natürlich nicht, denn das Delikt ist ja bereits begangen. Sie haben das Video damals nicht offline genommen, unsere Anzeige ist aufrecht und wir werden da jetzt auch dranbleiben. Verstehe. Also es hat jetzt schon viel Druck gebraucht, damit das wirklich dann offline genommen wurde. Hast du schon ein bisschen recherchiert, wie viele Hass-Videos gibt es denn so auf TikTok? Das ist ja wahrscheinlich kein Einzelfall. Also das Ding ist, wer TikTok kennt, weiß, dass da eine schier unübersichtliche Anzahl an Videos im Umlauf ist. Es kommen jeden Tag wahrscheinlich Hunderttausende dazu. Das ist ja eine globale Plattform TikTok. Und es wird immer mehr, weil jetzt auch mit künstlicher Intelligenz Inhalte erstellt werden. Und wir haben es ja erlebt seit dem 7. Oktober, dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und dem darauf losgebrochenen Krieg, ist einfach das Ausmaß an Hassnachrichten, an Hassvideos, an genereller Propaganda, auch antisemitischer Natur, geregelt explodiert im Internet. TikTok ist da berüchtigt. Also man kann sich da wirklich innerhalb von ein paar Minuten von einem harmlosen Video total in rechtsradikale, islamistische, was auch immer, Inhalte hineinbewegen, ohne dass man es wirklich merkt. Und das ist eigentlich das Thema. Also es ist unglaublich viel. Was wir jetzt gemacht haben, ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Darum ist auch der Aufruf, den wir da starten, wenn Sie so ein Video auf TikTok entdecken, bitte melden, melden, melden. Und wenn TikTok nicht reagiert, beispielsweise nur automatisiert ablehnt, ist das schon ein Grund, das beispielsweise bei der Kommunikationsbehörde zu melden und die muss dann aktiv werden. Wenn Sie es nicht selber machen wollen, gerne bei der jungen Generation melden und wir tun das für Sie. Sprechen wir grundsätzlich noch kurz über TikTok. Dänemark sagt jetzt TikTok richtig den Kampf an und Dänemark ist ein Land, das ist so digital wie kaum ein anderes. Und ich glaube, immer mehr erkennen die Gefährlichkeit dieser Plattform. Bist du selber überhaupt noch auf TikTok? Ich bin auf TikTok, allerdings in einem sehr reduzierten Maß, eher als passiver Beobachter, aber als ein politisch aktiver Mensch muss man leider da auch ein Auge drauf haben. Das ist eine wichtige Kommunikationsplattform. Ich finde es gut, wenn Dänemark da dagegen vorgeht. Das war auch neulich in der Zeit im Bild jemand, ein Experte, der darüber Auskunft gegeben hat, was das für psychologische Auswirkungen auf junge Leute hat. Er hat auch plädiert für eine Altersbeschränkung quasi ab 16 Jahren, beziehungsweise ab 18 Jahren, das heißt, freizugeben. Ich finde das überlegens- und diskussionswert, denn soziale Medien, letzter Satz, richten das mit unserer Gesellschaft an. Die gesamte Polarisierung und auch die größere Gewaltbereitschaft in der Politik fällt zeitlich auffällig mit dem Aufstieg der sozialen Medien in den letzten 15 Jahren zusammen. Und das glaube ich nicht, dass das ein Zufall ist. Deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir als Gesellschaft darüber reden, was für soziale Medien wir wollen und wer diese auch betreiben sollte. und die westliche systems und die wir справа rehen. Vielen Dank.